Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gut, dass ihr so viele gegessen habt. Dann sind weniger Stinker übrig. Es riecht immer noch ganz eklig. Tja, dann müssen wir wohl weiter essen. Richtig, Spike? Ducky, Spike. Geht es euch auch wirklich gut? Ihr habt ja immer noch nichts gegessen. Wir, naja, wir haben keinen Hunger. Du und Spike? Ihr habt keinen Hunger? Äh, genau. Vom vielen Fangspielen sind wir irgendwie satt geworden. Mama, es gibt da etwas, was Spike und ich dir sagen. Oh nein, das kann nicht sein. Nicht hier. Oh nein. Schnell schnappert ihr im großen Tal? Na, 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 na. Oh je. Oh je! Oh, da sind Kano und Glaube! Schle, beeilt euch! Ducky, Spike, schnell weg hier! Schnell, nehmt die Nestlinge und die Kleinen in eure Mitte und der Rest folgt mir und Großvater Langhals. Dann wollen wir den Schnellschnappern mal zeigen, dass sie hier nicht willkommen sind. Hey, ihr Schnellschnapper, ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Tut mir leid, aber heute Abend geht ihr hungrig in euer Nest. Diesen Schnellschnappern haben wir es aber gezeigt. Wie sind die bloß hierher gekommen? Sie müssen einen Weg ins große Tal gefunden haben, den wir nicht kennen. Es ist schon lange her, dass sich ein Schafzahn ins große Tal verirrt hat. Das ist eine äußerst gefährliche Situation. Die Schnellschnapper sind auch meistens mit Rotklaue zusammen. Und Rotklaue ist der größte und gemeinste Schafzahn von allen. Wenn die hier sind, dann ist er auch nicht weit weg. Dann müssen wir herausfinden, wie die Schnellschnapper hier rein und raus kommen. Genau. Und bis wir das wissen, müssen wir Tag und Nacht auf der Hut sein. Spiky, willst du noch eine? Hm? Ich, ich hab keinen Hunger. Was ist Spiky? Was, was, was? Da scheint ein Weg zu sein. Tja, aber wo führt der hin? Sieht euch da? Unglaublich. Das ist ein anderer Eingang zu unserem geheimen Plätzchen. Und er führt direkt ins geheimnisvolle Jenseits. Oh, und das ist nicht alles. Schnellschnapperfußabdrücke. Wenn die Schnellschnapper hier reinkommen, dann könnten sie auch den Weg ins große Tal finden. So sind sie also letzte Nacht reingekommen. Oh, mir verschwinden, mir angstlich. Was wir jetzt machen? Wir wissen, wie die Schnellschnapper ins große Tal gelangt sind. Wir müssen die anderen warnen. Aber was ist, wenn sie sauer auf uns sind? Ich denke, das Risiko müssen wir eingehen. Das war nicht nett von uns. Das ist mehr als ein Ups-Ips. Wir müssen los und allen davon erzählen. Auch wenn Stinke sauer sie auf uns sind. Mit den Schaufzähnen war nicht zu rechnen. Es ist zu spät. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Kommt, wir sagen schnell Bescheid. Tut uns leid. Wenn wir noch nicht allein Baumweckereien aufgelöscht, dann wär nicht alles so passiert. Das ging zu weit. Es tut uns leid. Das war ganz falsch. Das war ein großer Fehler. Kinder, niemand darf die Baumweckereien in der versteckten Schlucht essen. Ihr habt also Fußabdrücke gesehen? Ja, Schnellschnapperfußabdrücke. Kinder, wie viele von den Baumweckereien habt ihr denn gegessen? Äh, sehr viele. Was spielt das jetzt für eine Rolle? Diese Baumweckereien haben einen Geruch, den Schafzähne nicht ausstehen können. Genau genommen macht sie der Geruch krank. Ja, das glaube ich. Aber wenn nicht mehr sehr viele davon übrig sind, hält der Geruch die Schafzähne nicht davon ab, ins große Tal zu kommen. Was? Oh nein! Großmutter, du musst die anderen warnen. Vater Dreihorn und ich untersuchen die versteckte Schlucht. Wenigstens wissen wir jetzt, wie die Schafzähne hier reingekommen sind. Am Kuh! Oh je, es gibt nur noch ein paar Baumleckereien hier. Tja, die riechen nicht mehr sehr stark. Die halten die Schafzähne garantiert nicht fern. Wir müssen einen anderen Weg finden, die Schafzähne vom großen Tal fernzuhalten. Es ist zu spät. Die Schnellschnapper kommen zurück. Das klingt wie... Rotklaue! Der Erdbeer Wir dürfen keine Zeit verlieren. Littlefoot, du und deine Freunde, ihr lauft zurück und holt Hilfe. Vater Dreihorn und ich halten euch den Rücken frei. Ja, wir können die Schafzähne aufhalten, zumindest für eine Weile. Behalt euch! Die Schafzähne Freunde, wir sind niemals rechtzeitig zurück. Wir müssen ihnen helfen. Du hast recht. Sie werden niemals gegen die drei ankommen. Was wir können tun, wir viel zu klein. Dietrich, schnell! Flieg ganz nach oben zu den Bäumen und wirf so viele Baumleckereien runter, wie du kannst. Wenn die Schafzähne den Geruch der Baumleckereien nicht ausstehen können, dann treiben wir sie ihnen unter die Nase. Aber wie? Na so wie wir immer die Bälle schießen. Worauf wartet ihr? Nein! Wir sind nicht notwendig. Wir sind nicht devem. Versuchen wir sie nicht. Wir sind nicht. Wir sind nichtes. Ah! Hey, gut gemacht, Kinder. Die Baumleckereien können sie nicht ausstehen. Geben wir ihnen Saures. Das scheint Spaß zu machen. Werft so ein Ding zu mir. Es hat geklappt. Sie hauen ab! Muss der Eingang wirklich verschlossen werden, Großmutter? Ja, Littlefoot. Wir müssen sicher gehen, dass nie wieder ein Schafzahn den Weg ins große Tal findet. Wir können niemals nicht wieder in unser spezielles, geheimes Versteck. Nein, nein, nein. So, meine Freunde, der Zugang zur geheimen Schlucht ist verschlossen. Und das große Tal ist wieder vor den Schafzähnen sicher. Also, wir möchten uns dafür entschuldigen, dass wir alle in Gefahr gebracht haben. Wir haben den anderen nichts von den Baumfrüchten erzählt, die wir gefunden haben. Uns tut sehr, sehr, sehr leid. Das sollte euch auch leid tun. Ich bin zu alt, um mich mit Schafzähnen rumzuschlagen. Aber Papsi, wie du mit Rotklaue gekämpft hast, das war total mutig. Wer hat das gedacht? Oh, mit Rotklaue gekämpft? Na ja, also, das war doch nichts Besonderes. Was sollte ich machen? Ich stand Rotklaue Auge in Auge gegenüber. Man muss einen Schafzahn glauben lassen, dass man keine Angst vor ihm hat. Das ist der Trick. Also marschierte ich auf den Riesbrügel zu und schaute ihm fest in die Augen. Und dann berührte ich so laut. Für dich Τels zu passха haben . Die einzige Minute mit dieser Zeit hermähung lebte deine Scheiße, in derczyć Zeit wird sich Vertraue sein. Hier bitten wir, diese Higevasts zu erstellen, Das schlägt eine solche advice aus dem Riesbrügel zu partner,